Ich war drinnen, plötzlich sind die Gäste reingestürmt und haben gesagt, nicht rausgehen, da ist eine Schießerei. Ich habe geglaubt, das ist ein Spaß, das ist ein Hollywood oder amerikanischer Film wahrscheinlich. Oder die Gäste haben zu viel getrunken, haben wir am Anfang wirklich gedacht. Und ja, ich habe mir kurz meinen Kopf rausgeschaut und ich habe Schüsse gehört. Und ich habe sicher innerhalb von Sekunden 15 bis 20 Schüsse gehört. Und ja, da wollten noch ein paar Gäste rausschauen, neugierig. Ich habe gesagt, nein, ihr bleibt jetzt drinnen. Die Tür zugemacht, nicht zugesperrt, aber zugemacht und drinnen nur gewartet. Dann ist die Polizei gekommen und sagt, ihr bleibt alle drinnen. Weil da vorne ist einer totgelegen wahrscheinlich. Und innerhalb von drei, vier Minuten, zehn, 15 Polizeiwagen, Gott sei Dank, hier gewesen. Und ja, das ist so passiert.